Na, ihr seid ja schon da, seht mal hier, die neun, ich bin die neun, ja, die magische Zahl, die neun, die Hydra, hatte neun Köpfe, ich hab leider nur einen, die Katze, hat neun Leben, und ach, die Komponisten, haben immer die neunte unvollendet gelassen, drei mal drei ist neu, und dann kommt wieder die eins, der ewige Neuanfang, ach, ich weiß, Magie interessiert euch nicht, ihr wollt dieses Hutsi-Putsi-Weihnachtsfest, mit eurem Flitterkram, Friede, Freude, Eierkuchen, nein, so geht das aber nicht, Dezember, das hieß früher Wolfsmond, weil der mit seinem großen, rachenden Mond verschlungen hat, und die Perchte geht um, ja, die Perchte, das Göttliche, die Mutter, der tut leid, ja, ihr solltet sie mögen, sie hat extra für euch in den Raunächten eine Ruhepause verordnet, und was macht ihr, ihr putzt, ihr kocht, ihr bedient, so war das nicht gedacht, ach, genieß doch einfach mal die Stille und die dunklen Mächte, ich komme wieder, am 21. Dezember ist die dunklesten Nacht des Jahres, sucht euch lieber schon mal ein Lichtlein raus, oder glaubt weiter an den Nikolaus, so, haltet durch, sagt's, durch.